Was am schlimmsten an meiner Allergie war, waren Frühblüher, Träser und Pollen. Was vor allem sehr nervig war, dass ich mich, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, eigentlich fast immer früher nach Hause gehen musste, weil meine Augen so zugeschwollen waren und meine Nase auch. Die ganze Allergie hat mich so runtergezogen. Mittlerweile spiele ich zum Beispiel auch Golf in einem Hamburger Verein und ich habe auch für den Landeskader in Hamburg und Schleswig-Holstein gespielt. Ohne die Hyposensibilisierung hätte ich das niemals machen können, da auf dem Golfplatz einfach viel zu viele Allergieauslöser sind. Meine Allergie hat mich eigentlich am meisten in der Schule gestört, da ich ziemlich müde die ganze Zeit im Unterricht war und eigentlich nicht in der Lage war, irgendwas im Unterricht mitzumachen. Es ging teilweise sogar so weit, dass meine Lehrerin zu meiner Mutter gegangen ist und fragte, ob mit mir alles gut sei. Glücklicherweise ist eine Freundin meiner Mutter HNO-Ärztin und diese hat mitbekommen, wie die Allergie mich beeinträchtigt und hat dann die Hyposensibilisierung vorgeschlagen. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied zu früher. Ich habe eigentlich keine Beschwerden mehr und ich kann jetzt ohne Probleme Freunde treffen und rausgehen so lange wie ich will, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen um meine Allergie. Ich habe manchmal auch vergessen, wie schlimm das früher mal war, da es jetzt einfach quasi wie weg ist. Ich bin froh, dass ich mich jetzt auch im Golfsport so ausdecken kann durch diese Hypo, weil sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ich würde die Hypo auf jeden Fall jedem Jugendlichen empfehlen, damit man einfach nicht mehr mit solchen Problemen ausgesetzt ist. Wenn jemand so starke Allergien hat wie ich zum Beispiel, würde ich es definitiv empfehlen und auf jeden Fall mit einem Arzt sprechen und direkt quasi die Hyposensibilisierung anfangen. Das einfach extrem hilft und wirklich niemand verdient hat, mit solchen Problemen durch Allergien zu leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.